Allaah 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 Bismillah ar-Rahim Alhamdulillah Al-Alihi Und Sahbiyah Ich bin hier gerade in Hamburg Wilhelmsburg Und Inshaallah am Samstag werden wir Inshaallah in Hamburg eine Kundgebung machen Der Ort wird auch genau bekannt gegeben. Bei dieser Kundgebung geht es um Palästina, um Gaza, um Gerechtigkeit für Gaza und um Lösungsvorschläge. Nicht nur einfach, dass man seine Wut zum Ausdruck bringt, sondern dass man versucht, Lösungsvorschläge auf den Tisch zu legen. Und dass wir Muslime, ich möchte einige Ratschläge an uns geben, an meine muslimischen Brüder geben, die wir uns zu verhalten haben und was wir zu tun haben. Und damit jeder das Bewusstsein hat, dass Gaza bei ihm im Wohnzimmer schon anfängt. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.